ARD Text im Auftrag von Funk Jawoll! Ey! Mit den Facts vom Gienseelsammer Wir sind die Facts vom Gienseelsammer Das wievielte Mal seid ihr schon auf Gienseelsammer? Wir haben deine ganzen Videos gesehen, also wirklich! Echt, das freut mich! Ja, deswegen haben wir alle Videos geschaut, weil wir noch nie waren Sehr cool! Du hast dich einmal versprochen bei der größten Bühne Ja, ja, ich hab mich da öfter versprochen, glaube ich Oh, das ist feinig, dass du raussteigst Ja, passt schon Ne, sehr cool, freut mich Du hast ja echt zugedacht an Professionalität hier Ja Hallo und herzlich willkommen zum diesjährigen Chiemseelsammerfestival 2016 Die Mammut ist natürlich wieder live vor Ort Und wird für euch ziemlich viele coole Interviews durchführen Und ja, ich freue mich und viel Spaß Wie man schon sieht, ist im Hintergrund sehr viel los Heute ist Anreisetag am Chiemseelsammerfestival Und ja, genau, das gute Wetter wird sicher den einen oder anderen noch ziemlich krass aus der Reserve gelockt haben Dementsprechend, ja, ist natürlich auch sauviel los Ja, wir freuen uns schon Es ist immer gut, wenn ein Festival fast ausverkauft ist oder ausverkauft ist Und natürlich freut uns auch die Bands von der Stimmung her Mammut Musik, die auffällt Musik, die auffällt Musik, die auffällt Musik, die auffällt